Vito, wer? Heidi Klum schmeißt Beda-Sause für Tochterloub Zerfließt Heidi Klum, 44, nach der Trennung von ihrem Tu-Boy Vito Schnabel, 31, vor Liebeskummer? Von wegen! Ist und bleibt eine starke Frau, ob mit oder ohne Mann. Statt Trübsal zu blasen, richtet die TV-Jurorin ihre volle Energie auf ihre Liebsten. Da kommt ihr der 8. Geburtstag ihrer jüngsten Tochterlou gerade recht. Ihr zu Ehren veranstaltet die Model-Mama eine XXL-Party mit allem, was dazu gehört inklusive X-Mantial, 54. Untertitelung des ZDF, 2020